Ein perfekter Tag? Ja, den ganzen Tag mit meiner Familie und in der Früh ein Training mit meiner Mannschaft. Rapid. Als Fan drücke ich die Daumen für... Manchester United. Worauf ich nicht verzichten kann? Auf viel Essen und viel Trinken. Männer mit Bart sind... Manchmal böse und manchmal nett. Mein Lebensziel? Glücklich zu sein. Soziale Medien sind für mich... Unnötig. Mein Glücksbringer? Eigentlich meine Familie. Als Feldspieler wäre ich... Stömer. In meiner Traumverteidigung spielen... Ramos. Schkürtel. Und... Ja... Dani Alves. Und rechts ist... Jetzt braucht man niemanden. Torkamera? Ja oder nein? Ja sicher. Ich hätte gern ein Selfie mit... Eigentlich mit niemandem. Ja. 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 Ich werde gern ein... Ja. 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 Woop wie immer du...